Jetzt kommen wir zum nächsten großen Fehler, Leute, und zwar, als die Firma Profuel fast 10 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht hat, okay, fast 10 Millionen Euro Jahresumsatz, okay, da hat der Salf Rettele, ihr wisst ja, wer das ist, oder? Der Salf Rettele. Der Salf Rettele hat da die Marke auf sich selber angemeldet und nicht auf unsere gemeinsame Firma. Wir hatten ja eine Firma zusammen mit dem Patrick Gemischer, mit dem Mick von Micks Bodyshop. Wir hatten zusammen eine Firma und der Ralf hat dann folgendes gemacht, der Ralf war so ein Typ, dass er den Markennamen auf sich selber angemeldet hat und nicht auf unsere Firma und hat dann quasi die ganze Firma mit 10 Millionen Euro Umsatz gestohlen, Leute, okay. Kanal 3 konnte Circle Square 4 nicht finden, ich kann es dir nachher zeigen, ich werde es sowieso die nächsten paar Wochen veröffentlichen, okay. Ich werde ihn noch veröffentlichen, Kanal 3, keine Angst, du wirst ihn noch als einer der allerersten zu Gesicht bekommen, du wirst es sehen, ja, ist alles eingetragen in Genf. So. Und auch alle unsere Influencer-Verträge und so Leute, die waren immer komplett schlecht und ich habe mich immer darauf konzentriert, Marketing, Produkt und Business-Strategie. Und der Salf hat sich immer darauf konzentriert, Verträge machen, Finanzen machen und da wurde ich nur abgezockt und betrogen ohne Ende. Ich habe da mehrere Millionen Euro verloren, Leute, ich war da vor Gericht jahrelang und ich wurde dort abgezogen ohne Ende, das war richtig krank und ich hätte einfach daraus folgendes lernen müssen. Man muss selber Verträge prüfen, man muss sich selber einen Anwalt holen, selber einen Steuerberater holen und man darf bei Verträgen, bei Anwälten, bei Steuerberatern nicht Zeit und Geld sparen und man muss da einfach alles doppelt und dreifach prüfen, weil dadurch, dass ich bei Verträgen mal 10 Stunden Zeit gespart habe und mal 20.000 Euro gespart habe, habe ich hinten raus mehrere Millionen Euro verloren. Wenn du ein eigenes Unternehmen aufbauen möchtest, du bist wirklich motiviert und du möchtest ein super Geschäftsmodell, weißt aber aktuell nicht, was du machen solltest oder was gerade aktuell im Markt super ist, dann haben wir folgendes und zwar, wir haben kommenden Sonntag, also in zwei Tagen, eine Online-Präsentation zum Thema Geschäftsmodellaufbau von Null mit unseren Schablonen, erster Kunde, erste Dienstleistung, erste 10.000 Euro Umsatz, bis zu den ersten 100.000 Euro Umsatz, bis zur Firmenbewertung von siebenstellig, dem ersten Investor, bis auch Automation der Firma, bis dann hin, das ist eben alles wirklich ohne Vorkenntnisse, bis dann hin zu dem Thema, dass du lernst, wie man Firmenanteile bekommt, ohne selber Geld einzusetzen, sondern gegen Dienstleistung, also Work bzw. Consulting for Equity, dann diese Firmen skalieren und dann wie im M&A-Geschäft über ein Holdingkonstrukt Firmenanteile verkaufen, ohne Steuern zu zahlen bzw. nur mit 1,5% Steuer. Also schaut euch das wirklich an, das ist der allererste Link in der Beschreibung und wenn ihr das jetzt verpasst, diesen Sonntag um 21 Uhr, dann klickt da trotzdem drauf, nämlich dann könnt ihr euch im Nachhinein eine Wiederholung anschauen zu dieser Geschäftspräsentation, zu diesem Online-Seminar und dann könnt ihr mit unserem Team sprechen und wir haben schon über 100 Partner, die zwischen 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 Euro Monatsumsatz aufwärts machen und dann könnt vielleicht ihr einer unserer neuer Partner sein und das werden wir dann am Telefon besprechen.